Ja, wenn überhaupt. Ja. Er hat auch safe so 40 oder so. 40, 50. Das war ein Schnappe. Ja, Alter, warte, warte. Alter, er hat sich verarscht. Der hilft 60 Euro, Feind. Das ist gut. Wo lebst du? Gott, der ist richtig. Ja, nicht mal. Meine Tassel hat 60 gekostet. Ich hab die beste für Logitech. Hä? Ja. Was labelt ich? Ich hab meine 60 gezahlt. Das ist immer, Mann. Der Marco hat nie eine Runde. Ja, ja. Der hat doch ein GTA an. Der kriegt einfach Geld durch eure Mission. Alles klar, ja. Ja, ja. Mein Gott, der ist. Ich sehe ihn. Alter. Ich sehe dich, wie du gerade auf die Felsen kommst. Liebe dich. Der Kerl, er ist einer. Wie ich starte? Wie ich starte? Was labert ihr? Was labert ihr? Was labert ihr, Alter? Halt ihn da. Ich bin drin. Ich hab mir jetzt... Oh mein Gott, nein! Haben wir uns gar gegenseitig einen Brett gegeben? Ja. Oh mein Gott. Ich hab... Ich hab ein Limit, ne? Wenn sie dieses Limit erreicht, nein. Welches Limit, Digga? Das von deiner Mutter mit 200 Typen im Bett? Deine Mutter ist eine Fremde für mich. Also, von daher. Also, von daher. Einfach steh wie so'n Berührchen, Digga. Oder was? Alter! Digga. Digga, der versteht das nicht. Der ist behindert, Alter. Mach die. Mit dem, Alter, ich bin drin. Ich hab mir auf das Ding. Ja. Wie ist das? Jetzt bin ich mit dem. Ich bin mit dem. Untertitelung des ZDF für funk, 2017